Herzlich Willkommen zu Folge 231 von Jörn Schaas feinem Podcast. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Mutmaßlich eine kürzere Folge heute, denn so richtig viel zu erzählen habe ich gar nicht. Geht los mit einem Film, den wir bei Netflix gesehen haben, Dumplin. Das ist ein Drama wahrscheinlich? Ne, also es ist traurig, aber auch lustig und sehr schön. Es geht um ein texanisches Highschool Mädchen mit deutlichem Übergewicht und ihre Mutter war selber mal Schönheitskündigin in 1991 und organisiert seitdem Schönheitswettbewerbe. Das heißt, die hat so ein bisschen eine Vorstellung davon, wie Menschen aussehen sollen und da gibt es natürlich Konflikte. Und weil die mit dieser Organisation ständig unterwegs ist und viel zu tun hat, wächst ihre Tochter im Wesentlichen bei ihrer Schwester auf, bei Tante irgendwas. Das habe ich vergessen. Und die ist eben auch dick und hat eine riesengroße Liebe für Dolly Parton und die beiden feiern tolle Dolly Parton Partys und haben richtig viel Spaß, bis die Tante irgendwann stirbt. Und dann sind Mutter und Tochter auf einmal ganz allein im Haus, müssen miteinander klarkommen, ihre Konflikte austragen und irgendwann findet die Tochter einen Zettel, eine Bewerbung für einen Schönheitswettbewerb, den ihre Tante ausgefüllt hat. Und weil sie diese ganze Schönheitswettbewerbkiste so sehr verachtet, beschließt sie einfach, sich anzumelden, daran teilzunehmen, noch mit ein paar Freundinnen, die auch nicht so ganz genau in diverse Schemen passen. Und das ist wirklich, wirklich lustig. Also man sitzt da auch und hat die Tränen in den Augen, ohne Frage. Das ist einfach ein schöner Film. Und die kriegen dann Unterstützung von Drag Queens und lassen sich von denen coachen. Also ganz, ganz toll und macht einen Heidenspaß. Guckt euch Dumplin auf jeden Fall an bei Netflix. Kann ich nur empfehlen. Dann war ich aus Gründen mal wieder beim Friseur. Es wurde Zeit, mich mal wieder ein bisschen zu entzauseln. Und ich bin ja, also Friseure, da bin ich echt Klischee, Mann. Und das darf nicht lange dauern. Dabei darf nicht viel gequatscht werden und es muss nicht viel kosten. Und ich habe da so, in Husum habe ich einen Friseur, wo ich regelmäßig hingehe. Jetzt war ich nun in Heide bei der Arbeit und hatte irgendwie ein bisschen Zeit. Und habe gesagt, gut, dann verlängere ich einfach die Mittagspause und erledige das schnell. Es gibt nämlich auch in Heide einen Friseur, wo ich schon häufiger war, mit dem ich einigermaßen zufrieden war. Jetzt war da aber die Hölle los. Und ich habe gedacht, ja gut, okay, wenn die so beschäftigt sind, dann dauert das mir zu lange. Will jetzt das aber auch erledigt haben, gehst du zwei Türen weiter, da ist noch ein Friseur. Da war nichts los. Und ich wusste relativ schnell auch warum. Es ging nämlich so los, dass ich in den Laden reinkam, wo irgendwie Barbier draußen dran stand und diese klassische, sich drehende Säule, Rot-Weiß-Blau, die man aus Filmen kennt, die hing da im Schaufenster und so. Da dachte ich, na gut, das sieht ja nach Qualität aus. Drinnen war ein riesengroßer Flatscreen an der Wand, auf dem viel zu laut irgendwelche Musik lief. Und zwei junge Typen, der eine saß, sagen wir mal, sehr bequem in einem Sessel und drückte auf seinem Handy rum. Der andere stand mit dem Rasierer vorm Spiegel und hat sich gerade sein Bart ein bisschen gestutzt und in Ordnung gebracht. Die beiden haben sich auf irgendeiner arabisch klingenden Sprache kurz ausgetauscht. Das klang für mich ein wenig nach, nee, ich habe auch keinen Bock. Und dann kam irgend so ein älterer Kollege von denen an, also älter im Sinne von, der war nicht so jung wie die anderen und er war älter als ich. Also was weiß ich, vielleicht in den 50ern oder so. Und der hat im Wesentlichen gesagt, wuss, wuss. Und dann habe ich mich hingesetzt, weil er auch so eine Geste gemacht hat. Und hat dann seinen Schuh-Schuh gemacht, dann mit dem Umhang und dem Kragen und sein Erfung hoch. Und dann habe ich so mit den Fingern gezeigt, so drei Zentimeter abmachen bitte und den Bart ein bisschen ordentlich. So, das waren auch meine Worte. Ja, und dann fing der an. Und hat Dinge getan, wo ich schon relativ schnell gemerkt habe, nee, das geht hier in die völlig falsche Richtung. Der hat offenbar verstanden, da sollen zwei Zentimeter dranbleiben. Aber dann war es halt auch schon zu spät. Also der hatte schon angefangen und der hatte eben schon diverse Arbeitsschritte erledigt, als mir auffiel, das wird nichts. Und dann kannst du natürlich nicht mehr stoppen. Ich hatte die Situation noch nicht, was macht man dann? Ich weiß es nicht. Also meine Frau sagt dann auch, ja, dann muss man doch, ein Friseur, der fragt doch, was er machen soll. Und dann muss man doch ein Gespräch darüber führen, wie das ungefähr sein soll nachher. Also ja, das ist vielleicht bei deinen Friseuren so. Und wenn du irgendwie 800 Euro für den Haarschnitt bezahlst, dann kannst du das auch erwarten. Aber bei 10, 15 Euro, die ich normalerweise bezahle für Haare schneiden, da sage ich am Anfang, ich hätte es gern so und so. Und dann machen die. Und in aller Regel funktioniert das auch ganz gut. Ja, in diesem Fall halt nicht so. Er hat dann auch irgendwie den Bart viel zu doll gestutzt für meine Begriffe, wobei meine Frau dann auch wieder sagt, das gefiel ihr ganz gut. Und der wächst ja auch wieder. Das ist auch immer schön, so als Feedback auf eine neue Frisur zu hören, das wächst ja alles wieder nach. Hat sie ja recht mit, aber naja. Also wie gesagt, zufrieden war ich nicht. Das Ganze hat 17 Euro gekostet. Und ich weiß, dass ich da zweimal war, nämlich das erste und das letzte Mal. Weil abgesehen vom schlechten Ergebnis, dass man eindeutig auf ein Kommunikationsproblem zurückführen kann, ohne Frage, mochte ich auch einfach die Atmosphäre da drin nicht. Also die Musik war viel zu laut. Die hatten ihr Arbeitsgerät nicht so richtig beieinander. Die haben erst mal zehn Minuten miteinander auf einer, ich nehme an, arabischen Sprache miteinander diskutiert, warum jetzt diese eine Schere kaputt ist und warum sie keine andere haben. Zumindest ist das, was ich aus Körpersprache und Zeigen ableiten konnte. Mein Arabisch ist jetzt nicht so gut. Und das sind einfach Sachen, das kenne ich so nicht. Und scheint für die einigermaßen zu funktionieren, aber ich brauche das nicht nochmal. Was ich tatsächlich auch nicht brauche, ist das Camp, Chaos Communication Camp. Die Tickets gehen ja noch nicht mal in den richtigen Verkauf, sondern das läuft alles über Voucher, die bei Hacker Spaces vorgehalten werden. Und so ein Voucher kostet pro Person 300 Euro. Das ist jetzt nicht so, dass ich mir das nicht leisten könnte und meine Frau würde wahrscheinlich sogar mitfahren. Aber für dann 600 Euro, da können wir aber mit dem Wohnwagen, ich würde sagen, locker zwei Wochen Urlaub machen. Also unser, ich weiß gar nicht, was haben wir denn, ja doch genau, als wir zu dritt in den Osterferien unterwegs waren mit dem Camper, haben wir ungefähr für 10 Tage 350 Euro plus Sprit bezahlt. Und das, also wenn wir nicht ganz so weit weg fahren würden, kämen wir mit 600 Euro schon ganz schön weit. Und abgesehen davon, dass ich, also, ja nee, sehe ich nicht ein. Zumal ich auch keine, keine echte Vorstellung davon habe, was dann da passieren soll. Ich habe die ganzen Erzählungen gehört und wie begeistert alle sind. Und wahrscheinlich müsste ich mir endlich mal All Creatures Welcome angucken, um das vielleicht noch ein bisschen besser zu verstehen. Aber also dieses Jahr nicht. Punkt. Ja, und das war es im Wesentlichen auch schon. Viel mehr habe ich diese Woche gar nicht zu erzählen. Nächste Woche kommt ein bisschen mehr. Ich habe noch Camper-Sachen auf dem Zettel, die ich euch erzählen möchte, die aber noch nicht so weit sind, dass ich es auch kann. Ich habe noch Arbeitskram. Die nächste Woche wird ganz schön heftig von Arbeit her. Da, ja, kann ich wahrscheinlich auch eine Menge dann erzählen. Und dann müssen wir uns ja auch wahrscheinlich noch über das Ergebnis der Europawahl unterhalten. Da fällt mir ein, geht auf jeden Fall wählen. Morgen, Sonntag, 26. Mai, Europawahl. In einigen Bundesländern auch Kommunalwahl und andere Geschichten. Geht da auf jeden Fall hin. Macht euer Kreuz. Macht sie bei den Demokraten die Kreuze, die ihr machen dürft. Egal, wie viele es sein mögen. Und meine Empfehlung ist, guckt auch drauf, was sind die Inhalte der Parteien. Wollt ihr eine Partei unterstützen, die Artikel 13 und Konsorten möglich gemacht hat? Wollt ihr eine Partei unterstützen, die in ihrem Wahlprogramm das eine stehen hat und in Europa das andere umsetzt? Oder wollt ihr vielleicht eine Partei unterstützen, die mit Klimaschutz ein bisschen was kann? Oder sonst einfach eine Partei mit Martin Sonneborn? Was auch immer ihr macht, tut mir den Gefallen, geht überhaupt hin, beteiligt euch an der Wahl, überlegt vorher, was schlau ist, welche Partei euch am besten gefällt und dann läuft das schon. Ich bin im Übrigen der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurücktreten sollte. Ich wünsche euch eine fantastische Woche und bis bald. Ich bin im Übrigen der Meinung, dass Horst Seehofer als Bundeskanzler ist.